Und dann Moinsen zu, ich sag mal, Nachbericht Gladbach, VfB-News und Vorbericht für Bochum, was morgen ansteht. Nachdem ich das hier hochgeladen bekomme, quasi 24 Stunden, vielleicht auch ein bisschen mehr, mal sehen. Vor dem Spiel, damit auch vor dem Stream, wird wieder natürlich live sein, mit euch zusammen das Spiel gucken, wie auch schon gegen Gladbach. Fangen wir an mit Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1 haben wir verloren, auch da wie immer, wir haben gestreamt zusammen. Da auch schon ein Spielfazit dann in den Stream-Highlights drin, auch im Stream natürlich schon mit drin gewesen. Deswegen da auch schon natürlich viel eingeordnet und halt auch die Meinung direkt nach dem Spiel mit drin gewesen. Jetzt wie immer noch ein bisschen was, was dahinter hängt, was ja auf Twitter und so weiter abging. Das erste, was ein kleiner, in Anführungszeichen, Aufreger war, ich will es auch gar nicht größer machen, als es ist, war halt ein Tweet vom VfB, wo sie hier Raimund und Paula gezeigt haben. Paula zeigt irgendwo Hochrichtung Tribüne und der VfB hat ja geschrieben, guck mal, da oben sind die drei Punkte. Das war ja Viertel vor drei, also noch lange vor dem Anpfiff. Da haben sich manche darüber beschwert, dass man halt da ein bisschen, keine Ahnung, irgendeine Form von Arroganz mittlerweile hat oder sowas. Gehe ich nicht ganz mit, so Posts gab es gefühlt schon immer und würde ich auch gar nicht negativ werten oder sagen, guck mal, Gladbach schlag mal locker, da oben sind die drei Punkte. War einfach nur eine witzige Intention wahrscheinlich von dem ganzen Ding. Und der VfB hat es direkt auch, ja, lustig genommen und sich selber auch ein bisschen hochgenommen mit einem TikTok, was ich hier gesehen habe, im Sinne von, jo, haben wir halt verloren und sowas und ein bisschen überheblich gewesen am Anfang. So die Richtung ging das Ganze, deswegen das Thema auch gar nicht größer zu machen, als es ist. Was natürlich interessant war, was jetzt natürlich auch die nächsten Wochen so sein wird erstmal durch die ganzen Afrika Cup und Asia Cup Abgestellten, sag ich mal, ist die Bank immer, ne, ist die Bank. Eingewechselt davon wurde nur Luca Raimund in der 80. rum war es, glaube ich, ne. Halt leider nicht den besten Auftritt, da hat er mir, glaube ich, in Heidenheim müsste er gewesen sein, ein bisschen besser gefallen, aber mein Gott, klar, man wünscht sich von denen immer, dass dann viel kommt, man sich dann noch mehr Hoffnung machen kann und, ne, eigene Jugend und sowas, jung und wild und hier und da, deswegen erhofft man sich von denen gerade immer mehr oder gönnt es denen immer mehr, dass sie auch einen geilen Einsatz haben, aber das jetzt in Gladbach war jetzt nicht die Welt, aber auch nichts, was man eben dann irgendwie drauf rumhacken müsste, der Kerl ist einfach auch noch saujung, ne, zweiter Bundesliga-Auftritt, aber wer auch noch mit auf der Bank war, war Raoul Paula, auch der, ne, Offensivmann, Hütten, Vorlagen, kann er alles vorweisen und tatsächlich auch Cissé dabei gewesen, ähm, das ist der Linksverteidiger, also nicht unser Momo Cissé, der ist ja eigentlich gerade offiziell noch bei uns, da bin ich, äh, da brem ich gerade in den Predouille, weiß gar nicht, ob der gerade noch offiziell bei uns, dass das Momo Cissé da auch irgendwo ausgeliehen ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall den, der auch irgendwann mal unter Matarazzo noch irgendwann mal 20, 30 Minuten noch gegen Freiburg war, es bekommen hat und seitdem gefühlt nie wieder aufgetaucht ist, sondern ein anderer Cissé, Musa Cissé, Linksverteidiger, auch aus der Jugend, den haben wir uns, glaube ich, auch dazugeholt noch unter Mislintat, also keiner aus komplett eigenem Jugendverlauf, ähm, aber der auch mit auf der Bank gewesen, also das, da wird man auch ein paar Leute sehen, jetzt in München, habe ich auch letztes Mal angesprochen, ähm, war ja die Benedetto auf der Bank, da wird man einige sehen und vielleicht bekommt er sogar noch der ein oder andere mehr Einsatzzeiten oder plus obendrauf Einsatzzeiten, äh, wie jetzt eben Raimund, der so der Einzige war, aus denen, die bisher da gespielt, äh, spielen durften, auch Einsatzzeiten bekommen haben, ähm, der Einzige, wo auch manche geschrieben haben, wo ich auch mitgehen würde, was wir hätten auch machen können am Ende vom Spiel, wo es ja noch zwei einstand, wo noch die Chance war auf ein 2-2, wo du dran warst, aber eben nicht durchgekommen bist, ist halt das Thema zweiter Stürmer, hätte es von mir aus auch gerne Milosevic bringen können, auch von mir aus 15 Minuten vor Schluss, wie auch immer, klar, ist auch kein, kein Vergleich oder so zur Bundesliga, aber war im Testspiel gegen Fürth ja auch schon gut, finde es hier mir generell recht selten Milosevic, ähm, jetzt ist er auch Kassanaras ausgelegt in unserer Geschichten, also, ne, ist ja quasi unter Unterfgrad die Sturmwahl Nummer 2, rein positionsmäßig, deswegen hätte ich mir das auch schon gerne gewünscht, ist ja groß 1,92, Körperlichkeit, hätte ich schon auch gefühlt, den nochmal reinzubringen, Gladbach, aber hat, äh, ja, Hoeneß dann eben nicht getan, ähm, und, ja, zum Spiel, habe ich ja wie gesagt auch schon im Spielfazit, auch im Stream schon viel gesagt, ist schade, ich mache da absolut keine, keine Untergangsstimmung draus, wie es jetzt auch, äh, manche machen, ähm, finde ich komplett, äh, überzogen, was da teilweise abgeht, ähm, von wegen, ja, jetzt werden sie wieder, ne, auf ihr Niveau runtergebracht, jetzt fängt der Downfall an und ohne Gerassi sind die gar nichts, halte ich alles für Quatsch, du hast ja in Gladbach eine schlechte Anfangsphase gehabt, warst nicht wach, ne, nach 25 Sekunden, was da waren, brauchst du dir im Leben kein Tor fangen, egal gegen, gegen welchen Gegner, egal welche Situation, egal welches Spiel, ne, völlig egal, das ist einfach, ja, No-Go, ganz simpel, ähm, natürlich auch dann, auch beim zweiten Tor von Gladbach ist es im, im, am Ende dann einfach auch geil ausgespielt, ist am Ende echt top ausgespielt bei Gladbach gewesen und qualitative Abschlüsse, qualitative Bälle und sowas und der Steckpass beim 2-0 und sowas, deswegen, auch da müssen wir nicht so tun, dass es irgendwie, dann irgendwie, ja, nur an uns lag, wir den Ding halt davor schon abfangen können, aber im Tor selbst war es natürlich einfach stark gespielt, auch von Gladbach, hat sich überrennen lassen, die Hälfte, sag ich mal, der ersten Halbzeit, das war halt nicht gut, da liegt es schon mit 2-0 hinten, muss nicht sein, kann es aber, wie gesagt, ja auch vor der Halbzeit schon, kann es schon 2-1 stehen, also Undaf hat er auch nach dem Spiel selber zugegeben, darf mindestens mit einem Tor aus dem Spiel gehen, gerne, ne, diese zwei Chancen, die er hatte in der ersten Halbzeit, dann kann es schon mit 2-1 in der Halbzeitpause gehen, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, kam es viel besser rein, viel bessere zweite Halbzeit, da kommen wir später noch ein bisschen dazu, zu Statistiken und so weiter, wie ihr es auch gewohnt seid, ähm, aber, ja, da war einfach viel Überlegenheit, aber bis auf das Wagnermann-Tor halt auch nichts Zwingendes, ne, das ist halt das, was man sich einkreiden lassen muss, ähm, sonst, rein von Spielanteilen, von, ne, Aktionen nach vorne, wären 2-2 auch vertretbar gewesen am Ende, aber es ist halt nicht gefallen, weil du nicht klar genug vor's Tor kamst, ne, Thema Milosevic, Thema, wen wächst du noch ein vielleicht, wer, wer bricht da das eine Mal durch noch für den Ausgleich, ist halt nicht passiert, hast du aus 3-1 gefangen in der Verlängerung, äh, in der Nachspielzeit, passiert auch, deswegen, von dem her konnte ich nicht und kann ich auch immer noch nicht mich da irgendwie künstlich drüber aufreden oder künstlich irgendwie uns runterreden, whatever, klar, macht keinem Spaß, gefällt keinem, dass du da verlierst, aber dazu, Gladbach auch brutal heimstark aktuell, Gladbach ist ja auch immer noch, auch wenn die jetzt natürlich das Zuell von, was war's, vorm Spieltag, Platz 12, Platz 3 war oder sowas, aber Gladbach ist ja auch immer noch, ja, kein, wie soll man sagen, kein gefundenes Fressen oder sowas, ne, es ist ja, es ist ja kein, es ist ja kein Nichts, es ist ja kein Testspiel, es ist ja, ne, es ist immer noch Gladbach so, deswegen konnte ich mich da nicht so krass drüber aufregen, wie es vielleicht andere getan haben, deswegen muss man natürlich abwarten, wie sieht's in Bochum aus, nächste Woche Leipzig und so weiter, ne, Thema gerade das, was manche aufmachen, ne, jetzt der Downfall, jetzt wirst du einkategorisiert, ohne Gerasi geht nichts, das müssen wir halt die nächsten Wochen erstmal zeigen, in dem Spiel, ne, kannst du einen Punkt mitnehmen, hast es nicht getan und deswegen ist es einfach schade, ähm, trotzdem, ne, Hinrunde beendet mit 34 Punkten, 34 Punkte, ne, auch das nochmal bitte im Kopf, nochmal dann, ne, nicht dieses eine Spiel, was jetzt halt ein bisschen doof lief zum Saisonstart, äh, zum, zum, zum Jahresstart, äh, ja, irgendwie letzten 16 Spiele kaputt machen lassen, also das finde ich komplett absurd und das ist eine ganz nette Formulierung, die ich gefunden habe, auch mit einem Kollegen zusammen, wenn das die Spiele sind, die wir diese Saison verlieren, kann ich damit leben, dann von mir aus, ne, im Sinne von, wenn wir selbst in Spielen, die wir verlieren, keine Scheißauftritte haben, dann kann ich damit leben, ne, wir hatten letzten Saisons ganz, ganz schlimmere Dinge, ganz schlimmere Niederlagen, jetzt auch die, an die, denke wir, diese Saison hatten, Leipzig, ja, zweite Halbzeit bisschen zusammengebrochen, aber die erste war auch top, das heißt, in Summe natürlich schade, weil es hoch war, 5-1 und sowas, aber war jetzt auch nicht komplett eine Scheißleistung für die Niederlage, wenn ihr versteht, was ich meine, Hoffenheim sowieso nicht, da war es einfach unfähig vom Tor, das musst du eigentlich fast sogar gewinnen und verlierst es halt, in Heidenheim, klar, immer doof, oder kannst nie sagen, beim Aufsteiger zu verlieren, ähm, ja, ja, kannst dir nie gefühlt schön reden, das würde ich damit sagen, aber auch da, Elfmeter verschossen, Freischuss an die Latte, hier Raimund mit Pech, äh, mit dem Ding an die Latte in letzter Minute, da hättest du auch locker einen Punkt mitnehmen können, ne, und gut, das Einzige, was halt wirklich richtig, richtig schlecht war, war halt München, aber Bruder, das ist München, da liegst du nach zwei Minuten eins zu hinten, das ist halt alles ein bisschen scheiße gelaufen dort, und in München darfst du immer noch verlieren, deswegen jetzt auch Gladbach, wenn, wenn das die Spiele, wenn das das Niveau ist, mit dem wir Spiele verlieren, dann kann ich das aushalten, ich glaube, das, 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 was ich so zusammenfassen würde, gerne natürlich wie immer auch zu allem, was auch hier noch kommt, gerne eure Meinung in die Kommentare, was man sagen muss, also VfB wie immer, äh, auch nochmal gepostet, danke für euren unermüdlichen Support, liebe VfBler, auch da Videos gesehen, war ja nicht vor Ort, aber Videos gesehen, hab's ja auch im Stream oftmals angesprochen, weil wir es auch im, durchs TV-Bild so gehört hat, der Auswärts-Support war brutal, brutal stark, wirklich, hat es teilweise das Gefühl, dass wir da führen, auswärts und nicht hinten liegen, das war ein richtig starker Heim-Support, äh, richtig starker Auswärts-Support, ist ja immer schwieriger zu bewerten am TV, weil wo steht's Richtmikrofon, ne, deswegen nicht ganz fair zu berichten, äh, quasi nur vom TV-Bild, ähm, aber gut, haben auch viele gesagt, viele Gladbach-Fans auch gesagt, was ich auch noch ein bisschen gelesen hab, dass der VfB stark supportet hat, was waren da jetzt da, 5.000, ein bisschen mehr wahrscheinlich, auf den Sonntagabend, wahrscheinlich auch das beste, ja, Support in Sachen Menge an Fans in Gladbach seit langem von uns, das nochmal hervorzuheben, bockstarke Support von VfB-Fans in Gladbach, ähm, das war richtig, richtig stark und, was man ja auch immer wieder sagen muss, da sind wir ja auch gerade in einer, ich sag mal, Wohlfühloase, so formulieren wir es einfach mal, weil was dann Hoeneß auch nach jedem Spiel, und auch die Spieler nach jedem Spiel sagen, ist halt einfach gut, das gibt dir halt einfach ein gutes Gefühl, ne, Hoeneß hier, die Stimme zum Spiel, wir kommen denkbar schlecht ins Spiel und geraten bereits in 21 Sekunden in Rückstand, das hat uns aus dem Konzept gebracht, wir haben etwas gebraucht, um reinzukommen, ab der 25. Minute war es okay, aber hat uns das unglaublich schwer gemacht, stand tief, es stand sehr tief und gab uns wenig Raum, Situationen, Möglichkeiten waren für uns da, wir waren heute jedoch nicht effektiv und effizient genug und mussten unserem schlechten Start hinterherlaufen, hat dann auch nochmal hinterhergebracht, äh, die Struktur war nicht da, wir haben die Breite nicht gehalten und es den Gladbachern zu einfach gemacht, um es zu verteidigen. Ja, besser kann es sich zusammenfassen, einfach auf den Punkt gebracht, keine Schönrednerei, aber auch nicht, ne, drübergehauen oder, ja, über die Stränge geschlagen quasi, was Kritik angeht an dem Spiel, einfach Hoeneß, ne, spreche mir jedes Mal aufs Neue an, aber jedes Mal aufs Neue auch fairerweise angesprochen, einfach wirklich ein Riesending, den als Trainer zu haben aktuell, das gefällt mir schon sehr, sehr gut und wie gesagt, auch die anderen, ne, auch wenn andere Spieler, andere verantwortliche, äh, Aussagen tätigen und so weiter, das ist schon alles sehr, sehr ordentlich, hatten wir auch schon ganz, ganz andere Zeiten, was so Aussagen und so Geschichten angeht und so Außenwirkungen nachzuspielen und sowas, ne, ähm, hat auch vor der, oder auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum jetzt, äh, nochmal genau das Gleiche gesagt, quasi nochmal auf das Spiel, äh, Revue passieren lassen, ersten 20 Minuten, ähm, hatte er das Gefühl, dass wir im Pressing, äh, nicht reinkommen, ne, Zweikämpfe nicht gewonnen, von Struktur zu weit weg, sich gesteigert, ähm, zweite Halbzeit war gut, vor allem die ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit hebt er hervor, aber das zweite Tor haben wir es ja eben nicht gemacht, gerade im letzten Drittel geht es um Kreativität und Tagesform, um die Pässe an den Mann zu bringen, da waren wir an dem Tag nicht bei 100%, auch das finde ich ein sehr wichtiges, ein sehr richtiges, äh, Statement zum Spiel, ähm, danach, nach dem Spiel gab es ein bisschen Fragezeichen, weil, ja, Undaf irgendwie, ne, nach Verletzung aussah, aber da kam auch direkt Entwarnung bei Dennis Undaf, keine strukturellen Verletzungen und gleich nochmal vorweg genommen für den Bochum-Part, auch da hieß es, der die ganze Woche, äh, problemlos, ähm, mittrainiert. Und dann zum Abschluss noch von Gladbach natürlich, äh, ja, die Infos, die Statistiken, Daten und so weiter, die ihr von mir auch, äh, ich sag mal, hoffentlich oder von mir schon kennt, äh, aus dem Polkantstadt, wo ich immer mit drin bin, ähm, mit dem Datenrückblick auf Gladbach und natürlich auch dem Daten, äh, ja, Datenvorschau auf Bochum, vielleicht habt ihr schon gehört, dann doppelt sich es jetzt ein bisschen, aber immer Donnerstag 16 Uhr, Polkantstadt und da natürlich auch die Infos mit drin und hier auch ein paar davon mit rausgenommen, auch für hier natürlich, ähm, wie gesagt, 21 Sekunden, stand schon 1 zu 0, das war schnellste Treffer in der bisherigen Bundesligasaison, ne, auch wieder eine schöne Statistik, um die mal gegen sich zu haben, die nächste ist bei Robin Hack, zwei Tore gemacht, ne, zum 2 zu 0 geführt, seine ersten zwei Saison-Tore waren das, ne, auch wieder typisch VfB, muss man sagen, ähm, wir haben 0,81 Expected Goals erspielt, ähm, in Leipzig waren es 0,8, in München waren es 0,18, das heißt, drittschlechtester Expected Goals-Wert aus den 17 Spielen bisher, aus der Hinrunde bisher, haben wir in Gladbach abgeliefert, ähm, Tiefstwert teilen wir uns mit den Spielen in Heidenheim und in München, ne, auch wieder beides bleiten, ähm, nämlich in den Torschüssen, zwei Stück waren es gegen Gladbach, ähm, und Ballbesitz haben wir einen Top-Wert geliefert, das waren 68%, gleich viel wie gegen Hoffenheim, auch das, wie gesagt, Hoffenheim war ja eine Niederlage, das heißt, auch da so ein bisschen die Statistiken passen zusammen, ne, wenn du gefühlt zu viel Ballbesitz hast, zu viel läufst, zu viel anrennst und nichts dabei rumkommt, ne, Hoffenheim-Gladbach, 68%, da aber nichts aufs Tor bekommst, Torschüsse, zwei Stück, Heidenheim-München, Experte-Goals-Wert sehr niedrig, auch da wieder Leipzig und München, ne, das passt schon alles zusammen, auch hier wieder alleiniger Höchstwert gespielte Pässe, 863, ich glaube, das Zweite, was danach kam, müsste auch wieder Hoffenheim sein, ne, das sind eben Statistiken, die genau das auch mit reinspielen, dass wir einfach nicht zwingend genug wurden, äh, vorhin nicht zwingend genug wurde in, in, in Gladbach, ähm, wir sind ein bisschen mehr gelaufen, laufdistanzmäßig, ähm, deutlich mehr Sprints hingelegt, aber ein bisschen weniger Zweikämpfe verloren, äh, verloren, äh, verloren, äh, wie die Gladbacher, individuell, Torschütze, Wagnumann, zwei, äh, 12,3 Kilometer gelaufen, bestes auf dem Platz, glaube ich, oder auf jeden Fall bestes vom VfB und das auch krass, Karasso hat die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewonnen, individuell 20 Stück, nur besser war Mittelstädt, das waren, glaube ich, vielleicht irgendwie 24, 26 oder sowas damals in Frankfurt, ähm, heißt auch, das will ich gar nicht groß machen, aber ist eben trotzdem auch ein Thema, ähm, alle drei Bundesligaspiele in dieser Saison ohne Gerasi haben wir verloren, aber auch da würde ich auch immer sagen, auch da mehr oder minder zur Rettung immer sagen, wir haben auch ohne Gerasi gewonnen, das war ein Pokal gegen Union Berlin, also auch das darfst du nicht vergessen, man darf nicht nur sagen, nö, alles verloren, ja, ne, Pokal gab's auch noch, ne, Union nicht die Übermannschaft, klar, äh, in dem Zeitpunkt vor allem nicht gewesen, aber das gibt's eben auch, ne, es sind drei Niederlagen und ein Sieg in der Bilanz, ähm, dazu auch das, ja, der Bilanz in die manche überhaupt nicht jucken, ich find's aber ganz nett, immer mit reinzunehmen, ähm, alle Auswärtsspiele an einem Sonntag haben wir bisher verloren, Heidenheim, Bayern, Gladbach, ne, Rückstände, auch das mal gucken, wie sich das über die Saison noch, äh, verhält, auch das ist interessant, ein bisschen drauf zu gucken, Rückstände haben wir bisher nur in Heimspielen gedreht, ne, Darmstadt lag mal hinten gedreht, Wolfsburg lag mal hinten gedreht, beides ein 3 zu 1, Dortmund lag mal ja auch random hinten, äh, gedreht zum 2 zu 1, ähm, in Gladbach sind wir auch erst zum zweiten Mal in der Saison schon zur Halbzeit 2 zu 0 zurückgelegen, und da muss man sagen, klar, doof zurückzulegen mit 2 zu 0, aber auch da, Throwback zu den letzten Jahren, kann's hier keine Statistik gerade dazu liefern, aber gefühlt lagen wir häufiger mit 0 zu 2 zurück und sowas, ne, also im Sinne von, ist ein gutes Zeichen, dass es nur zweimal war bisher, dass wir zur Halbzeit schon 2 zu 0 in Rückstand waren, das zweite Mal war, ähm, davor gegen Hoffenheim zu Hause, da hatten wir auch schon 2 zu 2 zurück, in München war es ja kurz nach der Halbzeit, obwohl wir da auch schon hätten locker 2 zu 0 hinten liegen können zur Halbzeit, ne, das gehört auch zur Wahrheit, ähm, und auch hier nochmal, Hinrunde bleibt natürlich komplett überragend, Platz 3 mit 34 Punkten, und auch da nochmal, äh, der Vergleich, doppelt so viele Punkte wie zum selben Zeitpunkt letzte Saison. Nach der Hinrunde, letzte Saison hatten wir 16 Punkte, jetzt sind's 34. Dann geht's weiter mit den VfB News zwischen beiden Spielen, ähm, hier auch in zwei Teile geteilt, erster Teil ist, sag ich mal, Verein als Überbegriff und der zweite Teil dann gleich noch, äh, Gerüchte, ne, wir sind immer noch in der Wintertransferphase, ähm, das erste ist Toti, also ich hab's versucht hier so ein bisschen von Wichtigkeit von unten nach oben zu gliedern, ne, also das in Anführungszeichen unwichtigere und danach das interessantere gegen Ende, ähm, Team of the Year ist das Erste, ähm, da war Gerasi nominiert, ist natürlich nicht reingekommen im Voting bei EAFC, äh, deswegen kann ich das ganze Team of the Year auch eigentlich nicht ernst nehmen, muss man ja auch mal so ehrlich sein, ähm, aber vielleicht mal gucken, kriegt der irgendwie ne Momentskarte, ne SBC, irgendwas, das wär schon brutal, brutal wild, aber ich glaub ganz ehrlich nicht so wirklich dran, aber vielleicht kommt da ja noch was die Tage dann. Hannes Wolf war bei der Ed Prosky Show, das ist ja hier von Gamerbrother, die Show, ähm, ja, Fußballtalk, so ein bisschen Anführungszeichen Doppelpass mäßig und sowas, auch wieder nett, sich das anzugucken, einmal im Monat, äh, kommt das an einem Montag, ähm, abends und da hat er eben einfach Hannes Wolf gehabt, also mittlerweile auch echt krass, was da für Gäste und sowas da rumgucken, ne, ähm, und der hat wirklich ordentlich, ordentlich abgeliefert, ne, also gibt natürlich das ganze Zeug auch quasi eben re-live, auch die ganze Sendung mittlerweile schon auf YouTube, aber läuft eigentlich auf Twitch die Sendung von ihm, ähm, soll aber vor allem eben um Hannes Wolf gehen, über die DFB-Jugendreform und sowas, hat da sehr, sehr viel erzählt, sich Fragen gestellt und so weiter, wollte ich nur hier mit reinnehmen, weil es ist ja so ein bisschen Ex-VfB und natürlich auch ein bisschen einfach Fußball und Deutschland und, äh, ne, DFB und so Geschichten, die ja einfach auch uns in dem Sinne als Fußballfans auch betreffen, ähm, und Hannes Wolf hat da wirklich abgeliefert, fand ich, äh, in der Ed Prosky Show. 90.000 Mitglieder, auch das haben wir jetzt erreicht beim VfB Stuttgart, also die, in Anführungszeichen, Kampagne oder der Weg, äh, dass man hier mehr Mitglieder ranholt, der funktioniert auf jeden Fall, ne, also es geht hier echt, echt steil nach oben, es gefühlt noch nicht so lange her, glaube ich, dass wir die 85.000, äh, 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 quasi, äh, ja, bekannt gegeben haben, ähm, und dann natürlich einerseits geil, 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 ne, kommt ran an den Club und sowas, natürlich auch wichtig für Finanzierung und so weiter, ähm, aber andererseits hat natürlich auch alle rechtliche Sagen kam ja natürlich dann auch direkt in den Kopf, weil, da nehme ich mich auch nicht raus, ich war noch nie auf einer Mitgliederversammlung, ich sag auch, können, können manche Scheiße finden, finde ich auch in Ordnung, aber für mich auch VfB oder Mitglied beim VfB, weil es mir da um Fußball geht, ne, VfB Stuttgart ist für mich Fußball schon immer gewesen, deswegen, keine Ahnung, mal gucken, ob mich, ob es sich irgendwann mal reizt, ob die Themen vor allem, mich auch irgendwann so sehr reizen, dass ich mal auf eine Mitgliederversammlung gehe, ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, ähm, aber vom Ding her, das ist meine Mitgliedschaft hauptsächlich dafür da, ne, VfB-Fan, Mitglied, plus auch da müssen wir ja kein, kein Geheimnis draus machen, das ist ja auch nichts, nichts, äh, nichts Überraschendes für die Tickets, so ganz einfach, weil wie kommst du gerade aktuell sonst an Tickets, Dauerkarte, kommst du im freien Verkauf ja gefühlt an nichts mehr oder kommst du, glaube ich, sowieso nicht, sowieso an nichts vor der Saison, generell auch die ganzen Spiele, gehen gefühlt nie in freien Verkauf und wenn, dann hast du halt noch ein paar Karten irgendwo Richtung Auswärtsblock und sowas noch frei, die irgendwie freigeben wurden, so wie bei Leipzig jetzt zum Beispiel, dann musst du auch gefühlt Mitglied sein für Karten oder natürlich im weiteren Sinne, musst du Mitglied sein, um an gescheite Karten zu kommen, sag ich jetzt mal, ohne jetzt irgendeinen Bereich im Stadion runterzuwerten, ne, überhaupt nicht, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine und dafür natürlich ist es natürlich auch richtig, was alle hier geschrieben haben, auch immer wieder, ähm, in anderen Worten, die bestehende Dauerkarte wird immer mehr zum höchsten Gut und genau das ist es, weil 90.000, ja, nicht mehr so lange, nicht so lange her, da waren wir gefühlt 70.000 oder sowas, das macht natürlich auch Unterschiede im Ticketkauf, in der Möglichkeit und in der Chance, an Tickets zu kommen und so weiter und so fort. Wenn du jetzt allein guckst, hier irgendwie 70.000 Leute, natürlich nicht 70.000 Menschen, kannst du auch mit mehreren Browsern reingehen, mit mehreren Geräten reingehen und so weiter, also, ne, eine Person kann auch zehn verschiedene Warteschlangenplätze haben, ne, aber vom Ding her hast du 70.000 irgendwann mal in Heimspielen gegen Dortmund gehabt und sowas und je mehr Mitglieder da sind, je mehr diese Zahl wächst, desto stärker ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr, immer mehr in diese Mitgliederverkäufe reingehen, weil es ist das Hauptargument, würde ich mal stark behaupten, dass man eben dadurch an Tickets kommt oder gefühlt nur dadurch an Tickets kommt, und natürlich, das dann auch darauf bezogen, wahrscheinlich auch das Thema Ticketkauf, ganz generell, aber eben auch das Thema Dauerkartenkauf und so weiter und so fort, immer spannender werden und immer mehr, also spannender im Sinne von immer schwieriger werden und, ja, dann immer mehr auch leer ausgehen, auch die, die schon länger dabei sind vielleicht und dann neue Mitglieder kommen dann vielleicht doch mal, weil es eben Glück hat in der Warteschlange, eher an den Platz, als irgendwer, der schon zehn Jahre Mitglied ist, ne, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema, will ich gar nicht aufmachen, das Ticketsystem und wie man das machen kann, ich glaube, da gibt es gefühlt keine Richtigkeit, richtig faire Lösung, deswegen finde ich es in Anführungszeichen okay, wie es aktuell ist, weil ich keine andere klügere Lösung aktuell im Kopf hätte, aber das ist natürlich auch so ein Randeffekt von 90.000 Mitgliedern, das Thema Erfolgsfans, das Thema, ja, an Karten zu kommen und so weiter, das wird natürlich noch interessanter, sag ich mal, auch da gerne, wie immer, eure Meinung in die Kommentare. Marktwerte VfB 2, da habe ich nur ein bisschen mitbekommen hier gehabt am Rande, also am 10.01. gab es ein, ja, Marktwert-Update für Regionalliga Südwest, wo der VfB 2 ja am Start ist und da gab es auch ein paar VfBler, die Upgrades bekommen, auch ein paar, die runter sind, wenn ich hier gucke, Jakob Suver ist runter um 100.000 Euro auf 100.000, also über 200.000, jetzt 100.000, natürlich nicht die größten Werte in der Liga, ist ja klar. Luan Simnicza, den wir da damals ja von Köln geholt hatten, war es, glaube ich, und den ja auch so ein bisschen, ja, der schon mit ein bisschen Hype kam, sag ich mal, auch der ist runter, nicht viel, 125.000 zu 100.000 runter. Natürlich kommt er auch immer, natürlich gehen ein paar Seiten durch, aber gegen Ende, dann kommen natürlich auch Leute, die wir jetzt aktuell im Kader haben, deswegen habe ich mich mit reingenommen, die interessant sind natürlich auch für die Zukunft. Hier haben wir noch Buziaris, der ist ein bisschen runter um 50.000, Lukas Laubheimer ist runter um 50.000, Patrick Kapp ist runter um 25.000, Leonard Münst ist hoch, ist jetzt 150.000 wert, um 50.000 hochgegangen und jetzt kommen wir auf die Seite, Seite Nummer 1 quasi, die mit am interessantesten ist, sag ich mal, oder zumindest für meinen Blick, weil es am interessantesten ist, ich bin da ja nicht so tief drin, bin ich ja ehrlich, aber eben Namen, die man doch ein bisschen mehr kennt, ohne sie jetzt jemals irgendwie über 90 Minuten Live-Spielen gesehen zu haben, in ihren Jugenden, vielleicht mal in einem Testspiel oder sowas, aber in ihren Jugenden. Leon Reichardt ist hoch, 200.000 wert, um 75.000 hoch, um 50.000 hoch ist Mathis Hoppe auf 200.000, Dejan Gallien ist um 100.000 hoch, hat sich quasi verdoppelt auf 200.000 jetzt, Anri Chase, das ist natürlich auch ein Name, ist um 50.000 hoch, 275.000 wert, der Mann jetzt, Raul Paula ist hoch, um 75.000 auf 300.000 Mark wert, Samuele Di Benedetto ist der letzte hier noch auf der Seite, der ist auch hoch, um 225.000, so rum, auf 350.000 hoch, hat bestimmt auch damit zu tun, dass er eben jetzt mal im Kader war mit dem VfB und so Geschichten, da ist jetzt Raimund dann nicht mit drin, weil ich glaube, der noch offiziell als U19 gelistet wird und das höchste Upgrade hat Dennis Simon bekommen, der ist auch hier bei der U21 nicht gelistet auf der Seite, weil er eben im VfB Stuttgart ist, aber trotzdem ja auch immer noch dort spielt, beim VfB 2, der ist um 800.000 Euro hoch, auf eine Million und ist damit jetzt Platz 5 in der Rangliste der wertvollsten Spieler der Regionalliga Südwest, natürlich auch einfach ein Riesentalent, ist ja klar, dass dann solche Marktwerte irgendwann mal so hochschnellen, Gerasi haben wir heute mit drin, hat noch gefehlt im ersten Afrika Cup-Spiel aufgrund der Zerrung, mal gucken, wie es jetzt im zweiten Spiel aussieht, ich glaube, er will spielen, aber ob er dann spielen wird, ist die Frage, wahrscheinlich erstmal von der Bank, mal gucken, wie es dann da aussieht und auch das, nichts großartig Neues, aber eben auch ein bisschen noch mehr Klarheit im Sinne von Berichterstattung, die es dazu gab, haben wir das letzte Mal auch schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, Gerasi noch wechselt, weil Ausstiegsklausel abgelaufen und so weiter und auch das wurde nochmal berichtet hier von Sky unter anderem, wenn nichts komplett Wildes passiert, irgendein komplett krankes Angebot oder sowas kommt, dann wird er bleiben, dass ja seine Entscheidung ist final und natürlich auch hier das Thema, dass seine Ausstiegslausel für den Winter abgelaufen ist und auch STN berichtet, das Stück an der Nachrichten berichten, ebenfalls, dass er sich darauf festgelegt hat, dass er sich auch wohl schon sehr viel früher darauf festgelegt hat, auch schon vor Weihnachten sich klar zum VfB bekannt hat, auch da natürlich auch innerhalb der Mannschaft sich dazu bekannt hat und ja, dass man sich zusammen auf ein gemeinsames Saisonziel eingeschworen hat, also auf jeden Fall alles sehr, sehr gute Berichte zu Seru Gerasi, bis auf natürlich die Verletzung, ist ja auch klar. Nächste gute Berichterstattung oder nächstes Gutes, was wir hier haben, Waldemar Anton hat seinen Vertrag verlängert bis 2027, auch sein Vertrag lief noch bis 2025, er hat um zwei Jahre verlängert, davor war es ja schon Mio, der sogar drei Jahre verlängert hat, also bis 2028, Anton bis 2027, Verein an den, ja, Kapitän an den Verein gebunden, so ist richtig, ich spüre jeden Tag das Vertrauen ins VfB, wir sind auf einer Wellenlänge, es stimmt für mich hier einfach sehr vieles, ich fühle mich wohl und bin deshalb sehr glücklich über die Vertragsverlängerung, ich freue mich auf die weiteren Jahre im Trikot mit dem Brustring, sagt Waldemar Anton, auch zu ihm gab es so ein nettes YouTube-Video, halt mit ein bisschen mehr, ein paar Fragen und so weiter, auch schon bei Mio habe ich das gelobt, deswegen an der Stelle hier auch nochmal und auch hier zwei, drei Statistiken hatte ich auch mit reingepackt in unseren meinen VfB-Post zur Verlängerung von Anton, wie auch schon bei Mio, mit ein paar Daten drin, Dauerbrenner beim VfB, der Spieler, der die wenigsten Minuten verpasst hat in der Liga, ich glaube um die 30 waren es, das was natürlich die Feldspiele angeht, weil Nübel als Torwart natürlich keine Minute verpasst, aber Feldspieler noch was anderes, was die Statistik angeht, als Torhüter, hat die höchste Laufdistanz und die meisten intensiven Läufe abgespult beim VfB, hat dazu die zweitmeisten insgesamt gewonnenen Kopfballduelle am Start und auch eine Passquote gespielt bisher von über 89%, also Anton einfach eine Bock-Bock-starke, ja, Hinsiere bisher, Saison gespielt bisher und nach der, sag mal zum wiederholten Male, aber auch hier nochmal, der muss irgendwann mal nominiert werden für die Nationalmannschaft. Ganz simpel, da kommen wir nicht mehr drum herum. Interessant wird es natürlich dann wieder bei ihm zum Thema Ausstiegsklausel, weil Kicker berichtet von Ausstiegsklausel, STN berichtet zumindest mal nicht von einer, deswegen da auch wieder sehr viel Fragezeichen drin, ob es da jetzt eine gibt, ob es da jetzt keine gibt, auf jeden Fall, was da auch wieder klar zu sein scheint, Gehalt ist wieder ein Thema gewesen, aber auch bei Mio schon angesprochen, Gehalt bei Anton wohl rund 3 Millionen jährlich, was wohl, ja, jetzt ein bisschen Upgrade ist, aber jetzt auch kein Riesensprung ist im Vergleich zum letzten Gehalt, also das wohl auch fair und das hatte ich auch bei Mio letztes Mal vergessen, noch hatte ich sogar in den Infos drinstehen, habe einfach zu viel auf einmal vor mir gehabt, damit die Info noch übersehen gehabt, auch deswegen nochmal nachgereicht quasi zu Mio, weil es bei Anton wohl genauso ist, bei Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb, also bei Mio Euro League kommen, Conference League, Champions League kommen, wird es wohl noch eine weitere Steigerung geben im Gehalt, das bei Mio, das bei Anton, ich denke mal, das gefühlt bei den meisten Verlängerungen, die jetzt da jetzt noch vielleicht kommen werden, dass du sagst, ja, das ist dein Gehalt, und wenn wir europäisch spielen, dann kriegst du nochmal ein bisschen mehr obendrauf in Sachen Gehalt, natürlich auch definitiv eine Motivation, auch das, klar, man kann sich das natürlich dann auch ein bisschen eher leisten nochmal und vielleicht damit auch die Spieler locken, dass sie den Vertrag unterschreiben eben auch, wenn man europäisch spielt, aber wie gesagt, auch das, Motivation, dann willst du nach Europa kommen, das wollen sie hoffentlich sowieso, die wollen hoffentlich sowieso, das wird jetzt gar nicht so, so, so ambitioniert sagen, wie Europa, oder die sollen die Champions League wollen, aber im Sinne von, die sollen auf jeden Fall natürlich das beste Saisonziel wollen, was sie, was sie erreichen können, das Beste erreichen wollen, was sie erreichen können, und dann ist natürlich nochmal Motivation obendrauf, wenn sie dann auch noch ein bisschen Geld obendrauf bekommen, in Sachen Gehalt dann eben, laut Kicker gibt es auch bei Anton wieder eine Ausstiegsklausel, und da ist dann auch was dazugekommen zu Mio, wo wir, auch da, das war keine richtige Quelle, das war ja bisher nur, ich glaube, ein Eintrag im Transfermarkt.de Forum, wo irgendeiner meinte, ein bisschen mehr als 40 Millionen sollten es bei Mio sein, hat sich wacker gehalten, und überall rum, jedes Mal, wenn ich irgendwo online gesehen habe, dass irgendwer fragt, gibt es eine Ausstiegsklausel, so, yo, 40 Millionen, so als wäre es gegeben, ich glaube, das hat kein Medium in dem Sinne irgendwie richtig formuliert, kein Kicker, kein STN, kein Bild, kein Sky, kein irgendwas, aber es klang halt plausibel, ich halte es auch weiterhin für plausibel, dass er bei 40 Millionen grob liegt, weil ich mir das auch irgendwo wünschen würde, fände ich eine angemessene Summe, das habe ich letztes Mal ja auch schon gesagt, aber bei Anton gibt es wohl auch eine, und da hat der Kicker beide in einem Atemzug genannt, ich nenne mal, ich sage mal das Zitat vom Kicker aus ihrer Meldung, stattdessen winkend im VfB im Fall der Fälle Ablösesummen, die je nach Kategorie der abwerbenden Klubs um die 25 Millionen Euro und mehr versprechen, und das eben quasi im Atemzug, Ablösesummen, sie nennen beide Mio und Anton in dem Abschnitt, und dann sagen sie eben für beide quasi, sie winken Ablösesummen, die je nach Kategorie um die 25 Millionen Euro und mehr versprechen, Nummer 1, 25 Millionen Euro, wenn das quasi so der Mindestwert ist, was Mio und Anton angeht, muss man sagen, bei Anton bockstark, bockstark, auch da will ich gar nicht Anton irgendwie runterwerten oder sowas, aber im Vergleich zu Mio ist er eben ein bisschen älter schon, Innenverteidigerposition und sowas, hat keinen vergleichbar hohen Marktwert und so Geschichten, wie gesagt, das ist in dem Sinne unbezahlbar für uns aktuell, oder unabdingbar für uns, oder den würdest du für kein Geld der Welt abgeben, so das meine ich damit, aber 25 Millionen für Anton, können wir uns glaube ich darauf einigen, wäre eine sehr, sehr ordentliche Summe, wo ich gerade auch keine Top-Clubs, die ja wohl interessiert sein sollen, wohl auch im Sommer wieder interessiert sein sollen, dann lauten Berichten, aber sehe ich jetzt gerade nicht die Gefahr, dass irgendwer sagt, ja, Anton, 25 Millionen, problemlos, machen wir es sofort, ist ja ein No-Brainer, also 25 Millionen ist schon eine ordentliche Summe für Anton, Problem ist halt, wie gesagt, muss ja auch nicht stimmen vom Kicker, muss es ja nicht, ich glaube Kicker hat damals ja auch von 12 Millionen berichtet, bei Undaf die Kaufoption, jetzt berichten ja verschiedene von 18 bis 20 Millionen und sowas, hat man ja schon mal das andere Thema, dass die Ausschussklausel wohl höher ist, als es zu erwarten war, deswegen, muss nicht stimmen, Kicker wird auch von vielen gerade ein bisschen runtergerätet und sowas, ich würde sie immer noch für eine gute Quelle halten in Deutschland, also so ist es ja nicht, aber, muss nicht stimmen, auch wenn was in Sky berichtet, was sonst wer berichtet, muss nicht stimmen, aber man sollte halt meinen, dass die natürlich tiefer drin sind, die Infos haben, die Insider haben und so weiter und das so im selben Atem sozusagen mit Mio, da muss ich sagen, 25 Millionen Mio, fände ich schon schade, weil das gerade aktuell genau sein Marktwert, natürlich auch alles, nicht wenig Geld, das müssen wir nicht so tun, 25 Millionen wäre in der Liste der höchsten Abgänge mit dabei, 40 Millionen wäre der teuerste Abgang, den wir jemals hatten, hier geht es wirklich, das sind alles historische Werte so und hohe Werte, Mio damals geholt für, was waren es, 1,75 Millionen aus Monaco, also das wäre auch da schon ein saftiges Plus, aber der Mann ist so jung, der steht kurz vor seinem U21-Debüt für Frankreich, 25 Millionen Marktwert hat er aktuell schon bei Transfermarkt.de, auch das natürlich nicht so, wenn man sich komplett daran orientieren kann, aber schon eine gute Orientierung, die Marktwert von Transfermarkt.de, deswegen wären 25 Stunden ein bisschen schade, da hoffe ich ein bisschen mehr auf das Thema und mehr Versprechen, je nach Kategorie der abwerbenden Klubs um die 25 Millionen Euro und mehr Versprechen. Deswegen, ich hoffe es mal oder ich lege es mal so positiv aus im Sinne von 25 Millionen für Anton ist geil und bei Mio haben sie jetzt keine Zahl unbedingt im Kopf oder wollten keine Zahl unbedingt nennen oder haben sie eben nicht und sagen deswegen und mehr, weil wenn da steht und mehr Versprechen, kann auch heißen, und mehr sind 40 Millionen, sind mehr als 25 Millionen, so wenn ihr versteht, was ich meine und so lege es mir mal positiv aus, weil 25 wären schade für Mio, ich glaube da wäre es geiler für uns, wenn er diese 40 hätte, aber dazu werden wir halt auch nie so großartig irgendwelche Infos kriegen, weil der Verein veröffentlicht das ja nicht, ist ja logisch, der Verein nennt ja nichts zu Vertragsinhalten und sowas, da müssen wir abwarten, da müssen wir Gerüchte abwarten und sowieso bei Anton gab es glaube ich gar keine Info dazu, ab wann die gültig ist, die Ausschicksklausel, aber Mio hieß es ja bisher oder wurde so berichtet, dass es erst in einem Jahr quasi ist, also nächstes Sommer noch nichts und das Wintertransferfenster darauf, ich denke mal in dem Verlauf bis dahin, wenn Mio auch weiterhin bis dahin geil spielt und sowas, das vielleicht irgendwann ein Thema wird, das irgendwer dir ziehen möchte, die Ausschicksklausel, weil man glaube ich auch dann spätestens Richtung Winter dann irgendwann, wenn das alles so eintritt, dann glaube ich auch noch ein paar mehr Infos bekommen zur Ausschicksklausel, sind ein paar mehr Berichte von Transferjournalisten und so weiter und so fort, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, das ist ganz klar. Stenzelverlängerung ist die nächste, da gab es noch ein bisschen weniger Infos zu, sag ich mal, also nichts irgendwie großartig zu Gehalt, zur Ausschicksklausel wurde auch nichts gesagt und sowas, deswegen keine Ahnung, aber ich denke mal nicht, dass Stenzel eine Ausschicksklausel hat, beziehungsweise wenn er eine hat, dann ist es auch keine, die jetzt irgendwie in allzu hohe Bereiche geht, weil Stenzel eben auch schon einen Tacken älter ist, 27 jetzt, hat seinen Vertrag verlängert bis 2026, da wäre ja sogar im Sommer schon Schluss gewesen, diesen Sommer wäre ausgelaufen, um zwei Jahre verlängert, jetzt keiner, mit dem du die Abermillionen verdienen wirst, auch ohne Stenzel runter zu bewerten, aber das ist ja ganz klar, dass Millionen so Konsorten eben einfach einen höheren Marktwert haben als Stenzel zum Beispiel jetzt hier, aber um auch das hier wieder ins Positive zu drehen, finde ich eine absolut wertvolle Verlängerung, eine absolut richtige Verlängerung, klar, zum Beispiel jetzt in Gladbach nicht das beste Spiel gemacht, klar, das ist vielleicht keiner, den jetzt auf Strecke über 34 Spieltage immer als Rechtsverteidiger sehen willst oder sowas und das Tempo fehlt und so, oft genug angesprochen solche Punkte, aber der Mann ist, wie es der VfB hier auch beschreibt, ein Paradebeispiel für Einsatz und Verlässlichkeit, der Mann ist jetzt schon im fünften Jahr beim VfB, der Mann fühlt sich hier wohl, der Mann ist immer da, wenn du ihn brauchst, klar, vielleicht ein bisschen schlechter, aber er hat auch schon wirklich gute, gute Spiele gemacht, auch diese Saison vor allem bezogen, gute Spiele gemacht, natürlich auch generell in den letzten fünf Jahren, ist ja auch ganz klar, in der zweiten Saison, als Superleihe kam, danach fest verpflichtet, ein brutal wertvoller Spieler, ich glaube auch für die Kabine, auch für die Mannschaft generell und auch einer, ja, einfach als Kaderspieler wertvoll, der kann Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, deswegen finde ich eine sehr, sehr sinnvolle, sinnvolle Verlängerung, der hat, der wird sicherlich nicht das Top-Gehalt der Welt verdienen, der wird da ein ganz normales Gehalt verdienen beim VfB wahrscheinlich und auch er sagt, ich fühle mich sehr wohl hier, der VfB ist inzwischen meine längste Station im Profifußball, bin ein Teil des Vereins zu sein, freue mich, dass es weitergeht und ja, man will ja eine gute Hinrunde eben anknüpfen, deswegen habe ich absolut quasi nichts auszusetzen an der Verlängerung von Stenzel, auch er hat sich hingesetzt im kurzen Interview für den VfB auf YouTube, gefällt mir, wie gesagt, sehr, sehr gut, was sie da aktuell machen, gab natürlich auch ein paar, die Kritik geäußert haben und sowas, klar, auch da, ne, dürfen wir auch nicht zu früh abheben, ne, im Sinne von, boah, das ist jetzt keiner, mit dem ich Europa League spielen will oder sowas, ne, das sind wir noch gar nicht, Jungs, das ist noch ein bisschen hin, das sind wir noch überhaupt gar nicht und ich finde, um das mal so unterzubrechen, ein Stenzel auf, äh, wird, wie gesagt, auf Dauer kein Stammspieler sein, aber ist ein brutal wichtiger, ähm, ja, einfach Kaderspieler, Spieler für die Kabine und so weiter und genau das hat auch Hönitz gesagt auf der PK vor Bochum, wir wollten ihn behalten, sportlich war dieses Jahr ein Faktor, warum wir einige gute Spiele gemacht haben, er hat Tore vorgelegt und weitere mit initiiert, Kalle, auch geiler Spitznamen einfach, Kalle ist ein Top-Charakter und sehr beliebt, er hat sehr viele Stimmen in der Mannschaft, Ratsabstimmung erhalten, ne, Thema Kabine, er macht sich nicht nur Gedanken um seinen eigenen Kosmos, sondern auch das, was die Mannschaft betrifft, er steht uns als Mannschaft und als Verein gut zu Gesicht und damit hat Zönitz, wie oft, ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht bei, ähm, Pascal Stenzel und dann kommen wir zu was, das ist noch ein bisschen länger her, aber ich sag mal, die Vorbereitung dazu ist nicht mehr so lange hin, Invasion in Hoffenheim, ähm, noch so ein bisschen mit Fragezeichen versetzt, aber ich gehe davon aus und ich wünsche es sie mir, ähm, es gibt, ja, das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, hab ich auch schon angesprochen, als ich die Terminierungen, äh, hier, äh, besprochen hab, ähm, dass ich da sehr auf eine Invasion hoffe und da haben wir eben jetzt auch schon ein paar Infos dazu, das Spiel ist ja am 16.3., ne, 16.3., Samstagabendspiel, 18.30, Topspiel der Woche, ähm, und da gibt es beim VfB noch gar keine Infos zu Tickets für Auswärtsblock, ne, gar keinen Vorverkauf, äh, bisher terminiert für diesen Block, ist ja auch noch ein bisschen länger hin, ne, wahrscheinlich kommt das irgendwann im Februar dann, ähm, jetzt gab es ja gerade Freiburg und Leverkusen und sowas, aber es ist noch länger hin, mit Hoffenheim gibt es noch keine Karten für den VfB-Auswärtsblock, aber was es gibt, sind Hoffenheim-Karten und das schon nächste Woche, ne, also wer da Bock hat, da hingeht, ich werde es sehr sicher auch so machen, ähm, ne, bei mir auch nochmal ein anderes Thema, ne, mit Filmerei und dies, das, dann ist es außerhalb vom Auswärtsblock sowieso nochmal ein bisschen entspannter, ähm, aber freier Verkauf Hoffenheim startet am 25.01., das ist nächste Woche Donnerstag um 14 Uhr, ähm, ne, wenn sie schon hinschreiben, wird es auch einen geben, ist glaube ich bei Hoffenheim auch nicht so überraschend, ne, ähm, weil, ja, die letzten Spiele, die letzten Heimspiele von Hoffenheim, die waren ja alles andere als ausverkauft, so, ähm, und auch da, muss man sagen, Version ganz simpel, weil letztes Jahr war ich ja auch dabei, haben wir einen Dienstagabend 20.30 gespielt, auch schon eine scheiß Anstoßzeit, und schon alleine da waren über 7.000 VfB-Fans da, und letzte Saison haben wir gesehen am Beispiel von Schalke oder auch am Beispiel von Frankfurt, das ich jetzt hier rausgesucht habe, ähm, die waren ja auch, das war ein Samstagmittagsspiel, Samstag 15.30, also gute Anstoßzeit, die waren mit 13.000 in Hoffenheim, ne, das ist quasi, oder ein bisschen weniger als die Hälfte vom Stadion, ich glaube Schalke waren 15.000, und auf solche Summen hoffe ich sehr in Hoffenheim, weil du eben da locker, ähm, eben an Karten kommst, ne, wie gesagt, jetzt schon hier, VfB-Ausblock, das ist noch was anderes, der ist eh voll, aber eben hier, deswegen auch da schon mal, um sicher zu gehen, da schon mal Karten holen, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich auch so machen, freier Verkauf Hoffenheim, gehst halt einfach in die Blöcke, was hast du hier alles, in Block F, E, D, C, I, J, K ist ein bisschen, ist ein bisschen teurer, also, ne, die quasi rechte Seite vom Austrittsblock, ist die, in Anführungszeichen, billigere, und die, die links davon, sage ich mal, ähm, also aus Sicht vom Austrittsblock, links davon, ist dann die teurere, so ein bisschen Haupttribünen mäßig, ähm, und gehst da ran, und besorgst dir Tickets, es gehen bis zu acht Stück pro Person, also kann sich auch richtig dick eindecken, und das wird auch, denke ich, wie gesagt, aus Hoffenheim, dreht auf einmal komplett frei, was ich nicht davon ausgehe, äh, wird es auch locker gehen, da eben an diesem Donnerstag in den freien Verkauf zu gehen und sich da dick mit Karten einzudecken und das eben direkt an Blöcken anliegend, an den Auswärtsblock, für die geile Stimmung, wie gesagt, wenn wir sowas schaffen, worauf ich sehr hoffe, wenn wir selbst am Dienstagabend 7.000 mitbringen, werden wir hoffentlich auch mit der Anreise, die ja nicht weit ist, und Samstagabend ist ja auch entspannt, für alle, im Vergleich zum Dienstagabend, ähm, werden wir hoffentlich wirklich auch in die Bereiche kommen, von 13.000, 15.000, wie, äh, Schalke und Frankfurt, und dann wird auch der ganze neutrale Bereich mal mindestens, äh, rund um Auswärtsblock, komplett gefüllt in VfB-Hand sein, deswegen auch da, das wäre schon sehr, sehr geil, Preis, muss man sagen, hat uns Hoffenheim in die zwei teuerste Kategorie gebracht, die haben eine, die für alle Heimspiele ist, äh, quasi, dann haben sie eine für Bayern München alleine, die teuerste, dann haben sie eine Preisliste, wo Dortmund, Gladbach, Frankfurt und wir drin sind, so ein bisschen, Top-Spiel-Kategorie, keine Ahnung, äh, oder wahrscheinlich eine Kategorie, wo sie eben wissen, dass dann auch viele Gäste-Fans kommen, ne, weil Gladbach, Frankfurt und sowas, Dortmund, ne, bringen immer viele Gäste-Fans mit, auch das vielleicht eine Erklärung, und da sind wir jetzt eben, quasi rechts davon, Blöcke B bis F, wenn ich den Scheinblock anschaut, bei 37 Euro Vollzahler, deswegen da würde ich auf jeden Fall in die Richtung gehen, da werden auch sehr viele VfB-Fans sein, dann gehe ich fest davon aus, weil die anderen, hier, IJ, K, L, MN, die blauen Bereiche sind bei 58 und 52 Euro, das ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich, ähm, und das wird, glaube ich, werden, glaube ich, die wenigsten tun, äh, dahin zu gehen, oder nur noch, wenn da, wenn es da, nur noch, wenn es quasi im anderen Bereich keine Karten mehr gibt, kurz zusammengefasst, Hoffenheim-Verkauf, freier Verkauf, nächste Woche Donnerstag, 14 Uhr, direkt schon mal reingehen in das Ding, direkt schon mal sich ausstatten mit Tickets, pro Person gehen bis zu 8, na, also kannst du auch schon mit 2 Personen, kannst du bis zu 16 Karten holen, aneinandergereiht, übereinandergereiht, da kann man sich, glaube ich, schon dick Karten besorgen, auf jeden Fall, werden auch viele tun, weiß ich, ob es so viele schon auf dem Zettel hatten, vielleicht gucken viele erst mal, ja, gucke ich mal, ob ich über den VfB in den Auswärtsblock komme, und danach schaue ich mal, auf einen freien Verkauf, aber hier, Achtung, gibt es schon nächste Woche Karten, da gerne dann reinholen, deswegen, das wäre schon sehr geil, da wirklich mal eine richtige, richtige Invasion nach Hoffenheim zu, zu schaffen, und ich glaube, das werden wir auch tun. Und das Letzte noch, auch das, ein brutal wichtiges Thema, noch viel wichtiger als Fußball, noch viel wichtiger als irgendwelche Verkäufe in Hoffenheim und so weiter, ist ja ganz logisch, und auch da, hat der VfB jetzt auch mal ein offizielles Zeichen quasi mitgesetzt, ich glaube, viele haben auch das von Christian Streich mitbekommen, hat ja auch mal eine Instagram-Store reingepackt, seine Brandrede quasi, auf der Pressekonferenz eben, zu dem ganzen Thema, Demos gegen Rechtsextremismus, wir haben die Korrektiv-Recherche und sowas, die es, glaube ich, nochmal richtig hoch gepusht hat mitbekommen, gegen die AfD und so weiter, und die Inhalte und alles, und auch der VfB unterstützt Stuttgart, hält zusammen für eine widerstandsfähige Demokratie, für Weltoffenheit, für gelebte Vielfalt und gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung jedweder Art, das kann man genau so einfach nur unterstreichen, und am Sonntag hier zum Beispiel, am Sonntag, da gibt es ja viel in jeder, 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 jeder Orts gerade quasi, wird hoffentlich auch nicht, hoffentlich auch noch weiterhin so laufen, Sonntag, Marktplatz Stuttgart, 21.01. ab 15 Uhr, ist zum Beispiel hier eine Aktion dann in Stuttgart. Kommen wir zum zweiten Teil der VfB News, hier Gerüchte, sag ich mal, und das eben auch wieder von uninteressant zu, bisschen interessanter, einfach hochgelistet, Oskar Zambrano ist der Erste, habe ich das letzte Mal schon angesprochen gehabt, der steht wohl kurz vor dem Wechsel zu AFC Bournemouth, laut dieser einen Quelle, auch jeder Twitter-Quelle, auch das wird er nicht überbewerten, aber da geht es dann wohl nicht zu uns, oder zur Bundesliga generell, Rocco Simic ist was Neues, Fabrizio Manu hat den Namen reingebracht, aber eben im Zusammenhang, dass da abgelehnt wurde, also dass RB Salzburg wohl Versuche von Frankfurt, uns eben Stuttgart und Wolfsburg abgelehnt hätte, die haben keinen Plan, ihn im Winter abzugeben, vielleicht ist der Mann wieder eher ein Thema für Sommer, weil der Mann ist Stürmer, Mittelstürmer, 10 Millionen Marktwert, 20 Jahre alt, 16 Spiele, vier Tore in Österreich, deswegen Thema Gerasie, und er bleibt, und hier und da wahrscheinlich eher ein Thema für den Sommer dann, aber eben ein Name, den man sich vielleicht dann in dem Sinne auch merken könnte, dann haben wir Yüksek, es ist ein Sechser, gab es Gerüchte von nun, von Fenerbahce Istanbul, dass wir da wohl Interesse hätten an ihm, dass aktuell auch mit Olympique Lyon in Verbindung gebracht wird, und da es wohl auch ein bisschen konkreter ist, als mit uns, aber eben er bei uns unter Beobachtung steht, falls es mit Lyon eben nicht läuft, Angebot über 8 Millionen Euro plus 4 Millionen Boni stehen im Raum, und das ist so ein bisschen dann wieder das Thema, wo ich sage, gut, da wahrscheinlich doch eher nichts für Winter, erstens natürlich kann es einfach zu Lyon gehen oder irgendwo anders hingehen, und wir eben am Ende des Tages nur im Auge hatten und dann nichts passiert, aber 8 Millionen plus 4 Millionen Boni ist schon ordentlich für den Winter, ist glaube ich auch nichts, was wir uns aktuell leisten können, wenn man so reinhört, dass sich nicht viel tun wird, außer irgendwer geht für richtig viel Kohle, ist 24 Jahre alt, spielt in der Türkei, ist auch selber Türke, defensives Mittelfeld spielt der Mann 7,5 Millionen Markwert, deswegen passt das auch so, mit 8 Millionen plus Boni, wie gesagt, kein defensiv, kein zentral, kein offensiv, aber vor allem defensiv, deswegen einer, der durchaus Sinn macht, 100 Prozent, weil wir brauchen da ja grundsätzlich Backup, Backup für die Positionen Stiller und Karasor, und eben auch qualitatives und positionsgetreues Backup, und keine, in Anführungszeichen, dann, ja, Experimente, die wir meistens dann machen müssten, wenn da jemand mal ausfällt, eben auch perspektivisch gesehen, auf eine nächste Saison hinaus, und ich glaube, auch da geht es dann bei ihm eher drum, weil ich glaube nicht, dass wir gerade die 8 plus 4 hätten, wenn er eben es auch mal überhaupt noch zu haben ist, mal gucken, wie sich es da entwickelt, Dennis Dragus, auch einer, der genannt wurde, es ist ein, einer, der auch von Watford und Hoffenheim, ja, in Verbindung gebracht wurde, ist ein Spieler von Gaziantep FK, ist aber aktuell ausgeliehen eben von Standard Lüttich, also gehört eigentlich Standard Lüttich, der Mann, ist in die Türkei ausgeliehen, ist ein Rumäne, 24 Jahre alt, auch der Mittelstürmer, 2 Millionen Mark wert, bisher 16 Spiele, 7 Tore, eine Vorlage, also lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut lesen, das ganze Ding, kann hier laut Transfermarkt.de auch links außen spielen, und wird dann mit dem, wurde mal in Verbindung gebracht, das klingt dann eher nach was sinnvoller Rem für, für Winter, weil es eben jetzt keiner ist, der auf den ersten Blick nach Gerasi-Ersatz klingt, schon einfach, so ganz simpel gesagt, ganz naiv gesagt, auch im Sinne von Mark wert und so Geschichten, klingt das jetzt nicht nach einem Gerasi, Gerasi-Ersatz, so im ersten Sinne, vielleicht auch einer eher für Backup eben, vielleicht war es auch, da wurde das Gerücht hochgespült, wegen der möglichen Unterverletzung, die es jetzt eben doch nicht gibt, weil ich auch da generell nicht glaube, dass wir noch groß was machen im Winter, weil Unter ist ja wohl fit, und selbst wenn er sich verletzen würde, geht es halt irgendwie um 3 Spiele, 3, 4 Spiele, bis Gerasi dann wieder zurück ist, deswegen glaube ich nicht, glaube ich ganz generell nicht, dass wir noch groß zuschlagen werden, auf dem Transfermarkt, was das angeht, was Stürmer Backup angeht, dann für 3 Wochen, der dann im Zweifelsfall den Rest der Saison, kein Spiel mehr macht, und immer auf der Bank sitzt, hilft dem ja auch nichts, deswegen glaube ich da ganz generell nicht dran, aber auch er wurde genannt, aber da laut Bildinformation, spielt er keine Rolle, in den Überlegungen vom VfB Stuttgart, dann Ex-Spieler, wo es interessanter werden könnte, und eben da nur im Sinne von Mitverdienen interessanter werden könnte bei uns, haben wir ja letztes Mal auch schon angesprochen gehabt, ist Orel Mangala, den wir damals zu Nottingham verkauft haben, und wo wir wohl irgendwie, was waren es, 12 bis 14 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung haben, und da gibt es auch, da gab es jetzt neue Infos von Sky, von Blättenberg, Juventus sei interessiert, mit 6 Monate Laie bis Saisonende, und dann eben eine Kaufoption, also kaufen will jetzt gerade aktuell keiner direkt, sondern eben Laie mit Kaufoptionen, ist ja auch so ein bisschen das Typische, und wohl auch, ja, hier ist da drin, ist wohl auch interessiert, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt, dass sie so viel Kohle hätten, aber haben sie wohl, weil hier geht es tatsächlich um, wenn ich es richtig übersetze, richtig verstehe, sogar eine Kaufverpflichtung, also da geht es dann um Gerücht, dass sie mit drin sind, ob sie das Angebot abgegeben hätten, auch das wieder Sky, Blättenberg, auch da wieder halbes Jahr Laie bis Saisonende, dann eben eine Kaufverpflichtung, eine Kaufpflicht von circa 25 Millionen Euro, das schon inklusive, inklusive, ja, irgendwelchen Bonuszahlungen und sowas, also 25 Millionen Euro all in, und natürlich auch das ist interessant für uns, weil da kriegt man wohl doch schon ein bisschen Kohle dann von übrig, wenn das für 25 geht, könnte ein bisschen was für uns dabei rausspringen, aber Napoli und Juventus wohl auch immer noch Interesse an ihm, mal gucken, ob sie dann auch irgendwas tut im Winter, es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis zum Ende vom Wintertransferfenster sind genug Klubs da, auch genug Klubs mit Kraft da, auch selbst da drin, auch mit Geldkraft da, bei Juventus und Napoli und so, auch eben auch Namen, ist ja auch ganz klar, ohne da jetzt irgendwie Rennen runter, irgendwas absprechen zu wollen, aber wenn die schon so konkret sind, wenn da schon Angebot da ist und sowas, mal beobachten die nächsten Tage, aber es könnte sein, dass wir vielleicht noch ein, zwei Millionen oben drauf kriegen, einfach auf unser Konto, auf unser Budget, auf irgendwas durch eben Mangala, der weiterverkauft wird von Nottingham Forest, dann haben wir Justin Diehl, da auch jetzt kein großartig neuer Stand, aber wurde eben ein bisschen was berichtet, Kicker hat sich ziemlich weit nach vorne gelehnt, hat gesagt in diesem Sommer, womöglich in dieser Woche noch, die ist jetzt ja auch dann bald vorbei, also da tut sich wohl eher nichts, und natürlich nicht Sommer, sondern Winter, sorry, können sie schon direkt was tun, können schon offiziell werden, aber was auch da klar scheint, kann natürlich sein, dass sich noch was tut diesen Winter, dass irgendwas announced wird, irgendwas veröffentlicht wird diesen Winter, aber es geht wohl, es wird quasi Berichte von allen Seiten, geht es bei ihm um einen Sommertransfer, dass er im Sommer ablösefrei kommt, aber Sky hier auch noch mit dementiert, ablösefreier Wechsel, der schon nächste Woche verkündet wird, stimmt nicht, die haben quasi den Kicker dann in dem Sinne dementiert, deswegen ist eher ein Thema für Sommer, aber wir sind da wohl echt gut dran, mal gucken, wie es da weitergeht mit dem Talent von Köln, das ist natürlich auch aktuell erstmal vorspielt bei Köln, auch da seine Chancen bekommen, seinen Einsatz bekommen hat, auch schon im Spiel gegen, was war denn das, gegen Heidenheim war es glaube ich, deswegen Blitzwechsel wird wohl nicht passieren, wohl auch nichts im Winter, weil da wäre auch irgendwie doof dann für Köln, die brauchen ja gerade alles, was sie haben mit Transfersperre und so weiter, aber das zusammenzufassen, kein großer neuer Newsstand, wurde nur ein bisschen was berichtet, deswegen auch hier mit drin, Deal für Sommer könnte passieren, der Dann-Deal, Wortspiel hier mal an der Stelle, tut mir fast schon leid, das Wortspiel, aber musste raus, Führig-Verlängerung ist das nächste noch, ist natürlich noch nichts offiziell, aber auch da wird ja von allerlei Seiten berichtet, dass das sehr gut aussieht, aber sich das noch ein bisschen ziehen könnte, auch hier, schickere Nachrichten, da die Info, dass man sich da weitgehend einig ist, aber eben in Details, soll man noch ein gutes Stück auseinander liegen, aber eben eine grundsätzliche Einigkeit besteht, auch der hat ja noch Vertrag bis 25, mal gucken wie lange der verlängert, ich würde das auch aktuell mal irgendwie auf 27 tippen, wie gesagt, Details wohl noch ein gutes Stück auseinander, aber auch da, weitere Gespräche sind angesetzt, schreiben sie ja auch, deswegen auch da können wir glaube ich sehr gute Dinge sein, dass wir irgendwann im Verlauf dann, ja von mir aus auch spätestens bis zum Sommer, irgendwann dann Klarheit haben bei Chris Führig und das Klarheit in dem Sinne, dass er verlängert, wäre auf jeden Fall auch sehr, sehr nice und sehr, sehr wichtig und auch da müssen wir uns glaube ich nichts vormachen, ich glaube auch ein Chris Führig wird dann sehr wahrscheinlich eine Ausschicksklausel drin haben, ob wir es wollen oder nicht, das ist halt nun mal mittlerweile leider einfach so. Nübellei, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das letzte Mal auch mit drin hatte, wenn ja, dann gibt es halt ein bisschen Doppelung, wenn nicht, dann auch gut, bei ihm kam auch mal wieder raus, was ja auch schon länger in Gerüchten waren, hat jetzt auch nur die Sportbild noch mal rausgehauen, dass die Bayern jetzt wohl schon recht klar werden, das ist vielleicht der Unterschied, falls ich es letztes Mal schon gesagt habe, zu dieses Mal, dass jetzt diesmal konkreter werden die BILD und vom Zeitpunkt konkreter werden, dass sie wohl schon nächsten Monat oder innerhalb des nächsten Monats die Zukunft von Nübelle ein bisschen klarer machen wollen, sie wollen seinen Vertrag verlängern, der ja dann auch 2025 ausläuft, das heißt, du könntest ihn halt nicht noch mal verlängern, wenn der Vertrag nach der Leihe aufhört, das geht hier nicht in Deutschland, das heißt, sie müssen noch mal verlängern, von mir aus bis 2026, bis 2027, keine Ahnung, dazu gibt es glaube ich keine Angaben, aber ewig lang verlängern werden sie wahrscheinlich nicht und, das ist das Wichtige für uns, ihn würde einfach noch mal ein Jahr an uns weiterhin verlängern, bis Sommer geht die Leihe, wir haben keine Kaufoption, kein gar nichts, auch schon mal angesprochen, dass wahrscheinlich kaufen schwer wird, rein vom Geld, auch rein von der Konkurrenz, die dann eben auch Interesse haben könnte, an ihm eine weitere so starke Saison spielt, jetzt hier eben das Thema, das nochmal ein Jahr verlängert, dann quasi die Leihe nochmal ein Jahr verlängert, Thema ist wieder die, 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 das Gehalt von Nübel, der ja wohl etwa dreieinhalb Millionen pro Jahr verdienen soll, laut der, laut der Bild, was ihn so einem der, der Topverdiener macht bei uns und da ja schon einen ziemlichen Cut hat, auch da wohl schon um die 50 Prozent, um die Hälfte seines Gehaltes, ähm, quasi, ja, ähm, nicht verdient bei uns und da schon entgegenkommt, ähm, das heißt, er wahrscheinlich normalerweise irgendwie sieben Millionen, sechseinhalb Millionen bekommen pro Jahr, ne, deswegen auch da schon uns entgegenkommt oder dem ganzen Deal entgegenkommt und das ist wohl noch ein Thema, ähm, ähm, deswegen, dass die beiden halt eben ein Teil, Teil des, äh, Gehalts und sowas zahlen, das scheint auch ein Thema zu sein, weiß nicht in welche Richtung jetzt genau, ob das ein Thema ist, wo die Bayern sagen, so viel wollen wir nicht zahlen, ob das ein Thema ist, dass der VfB so viel nicht zahlen kann, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das ist ein Thema, das aber dieses, dieses Sommer ja auch schon funktioniert hat, ähm, deswegen wäre ich auch da positiv gestimmt und fassen wir mal so zusammen, die Chancen stehen sehr gut darauf, dass Nübel auch nächstes Jahr bei uns noch im Tor steht und das eben auch per Laie, ob du dann noch eine Kaufluktion dranhängen kannst, keine Ahnung, aber auch das, letztes Mal angesprochen oder generell Stoff angesprochen, im Zusammenhang mit, äh, deine Simon eben auch, glaube ich, gutes Zeichen, wenn man sagt, Nübel ist noch ein Jahr Laie und eben kein Fixerkauf mit richtig All-in, mit richtig Kohle für den, für die Ablöse, mit richtig Kohle für, ähm, Gehalt und sowas, glaube ich, auch für ihn besser, für, für, für die beiden mit ihm besser, wenn man sagt, wir, wir haben nochmal ein Jahr Sicherheit, eben auch, wenn wir vor allem europäisch spielen sollten, ne, dann wäre Nübel halt brutal, brutal wichtig und kann es weiterhin Simon dann, dann aufbauen im Hintergrund und mal gucken, wie dann die Planung dahingehend weitergeht, aber da wäre ich sehr zufrieden mit, auf jeden Fall, wenn wir Nübel noch ein Jahr halten könnten, wenn es genau so läuft, nochmal ein Jahr Laie und dann eben auch das Gehalt eben nicht zu krass auf unserer Seite, sondern dass man sich eben da ein bisschen, ein bisschen teilt, da ein bisschen Abstriche macht und glaube ich, auch für die Bayern ist das eine gute Lösung, auf jeden Fall, weil dann haben die auch ein bisschen mehr, ja, mehr Zeit zum Planen, sag ich mal, Neuer macht wahrscheinlich nächste Saison auch noch, die müssen ja auch gucken, wer ersetzt dann Neuer, kann das Nübel sein, wird es wer anders, müssen wir Nübel irgendwann verkaufen und so Geschichten, Nummer zwei bei den Bayern macht Nübel wahrscheinlich nicht, gehe ich mal davon aus, deswegen auch für die Bayern, glaube ich, für die Planung, auch eine gute Option, wenn man es denn so machen würde. Dann kommen wir zum letzten Teil, das natürlich VfL Bochum gegen VfB Stuttgart heißt, morgen Mittag 15.30 Uhr gesagt, wir sind am Start mit einem Stream, mit der Live-Reaktion auf das Spiel und hier PK wie immer mit drin, vom Donnerstag Mittag, Eckloff, Nathai fallen weiterhin aus, Eckloff macht weiterhin Fortschritte, auch klar, Gerasi, Silas, Jong, Ito sind weg, brauchen wir uns auch nicht jedes Mal ansprechen, aber zur Vollständigkeit, Anton habe wohl kurz gekränkelt, ist aber wieder voll eingestiegen ins Training, Enzo Mio ebenfalls, sonst sind auch alle dabei und auch hier, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, hat übrigens gesagt, Dennis, Dennis, also Undav, war diese Woche gar nicht eingeschränkt und konnte alles mitmachen, also auch da gar keinen Stress, deswegen tippe ich mal, aufstellungsmäßig, ja, ist schwierig, wird sich da allzu viel tun? Das ist so die Frage, weil Undav kann ja, der Rest kann auch, kann natürlich sein, dass du vielleicht irgendwie eine Version findest, dass du eben Wagnummern für einen Stenzel bringst, für hinten, dann stellst du vorne einen Levening rein, aber allzu viel Spielraum hast du eh nicht, deswegen so richtiger Startelf-Tipp, sag ich mal, in dem Sinne, ist eh nicht so groß spannend aktuell, weil es fallen einfach zu viele weg, ich gehe nicht davon aus, dass irgendwer aus der, aus der, ja, der Riege Paula, aus der Riege Reimund und so Geschichten einen Startelf-Einsatz kriegen in naher Zugriff, sondern eben eher einfach Kader-Einsätze bekommen auf der Bank, und dann kannst du ja eh nicht viel wechseln, kannst du dann droh, vielleicht mal bringen von Beginn an für Stenzel, Wagnermann, so ein bisschen die, die schwierigere Stelle, glaube ich, so rechter Verteidiger, rechter Wingback-mäßig, Leve, den kann er ja auch zocken, das ist so die einzige richtige Planstelle, der Rest ist ja gefühlt eigentlich gesetzt, glaube ich auch, deswegen auch da, gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr es anders seht, aber ich glaube, da, da ist gar nicht so viel Spielraum da, nochmal zu, zu Gladbach, haben wir ja vorhin schon angesprochen gehabt, was er gesagt hat, auf der PK, größten Ausdienerlagen zu lernen, das wollen wir jetzt tun, eine bessere Performance über 90 Minuten zeigen, und auch das muss man sagen, der VfB kam ja bisher immer aus, ja, Rückschlägen sehr, sehr gut zurück, unter Hoeneß ganz generell, aber jetzt eben auch in dieser Saison schon, ne, Thema, ja, auch, ne, Thema, das erste Mal, sag ich mal, um da noch ein bisschen reinzugehen in die Kuhle, da ein bisschen reinzugreifen, nochmal, dieses Thema, boah, Downfall, und da freuen wir uns drauf, natürlich auch von anderen Fanlagern, Downfall VfB, jetzt geht es endlich runter, Nix da Platz 3, so eine ähnliche Phase, oder die erste Phase quasi, sag ich mal, auch wenn das, das jetzt gerade auch noch gar keine Phase ist, war ja ein Spiel, ne, versteht was ich meine, ähm, war ja Niederlage Hoffenheim, Pokalsieg gegen Union, und dann Niederlage gegen Heidenheim, da sind ja die ersten Stunden durchgedreht, und oh Gott, kein Gerasie, und was geht hier ab, und die Reaktion darauf, war ein hochverdienter Sieg gegen Dortmund in der Liga, mit einer Top-Performance, ne, also auch das, da dürfen wir uns, glaube ich, durchaus Hoffnung machen, ähm, natürlich auch angesprochen worden, der 5-0-Sieg gegen Bochum, ist ja jetzt Rückschrunden-Start, äh, das erste Spiel gegen Bochum, war das Heimspiel am ersten Spieltag, 5-0-Heimsieg, überragend gewesen natürlich, ähm, ein entscheidender Faktor ist Bochum, sagt Hoeneß, komplett richtigerweise, ein Heimstadion, das eine spezielle Atmosphäre bietet, das müssen wir bewältigen, darauf haben die Jungs vorbereitet, die meisten kennen die Atmosphäre dort, ich auch, war mein erstes VfB-Bundsieger letztes Jahr, hoffentlich sind wir dieses Jahr, äh, wieder so erfolgreich, oder dieses Mal wieder so erfolgreich, Teil ihrer DNA von Bochum, ist, dass sie draufgehen, ähm, Bochum ist zu Hause eine andere Wand, mit ihren Fans im Rücken, darauf müssen wir vorbereitet sein, aber auch darauf, wenn sie tief stehen sollten, ne, Thema Gladbach, und das vielleicht auch was, was uns eben ein bisschen weh tut, oder wo wir vielleicht einfach, wie es auch gesagt hat, auch Tagesform brauchen, um solche Lücken zu durchspielen, ähm, oder solche Bollwerke zu durchspielen, solche Lücken zu finden, so rum, und letztes Jahr, da angesprochen, war es sein erstes Bundesligaspiel, das erste Spiel war ja in Nürnberg, ist 0 zu 1, das erste Bundesligaspiel für ihn in Bochum, 3 zu 2 Sieg, war brutal wichtig, ne, ähm, und, deswegen weiß man auch, worauf es ankommt in Bochum, worauf es ankommt auch in einer noch viel schlechten, schlimmeren und schwierigeren Phase, also, letzte Saison bist du mit deutlich mehr Druck nach Bochum gefahren als jetzt, ähm, und darauf habe man wohl, ähm, sich auch vorbereitet, die Weichen haben wir mit einer guten Trainingswoche gestellt, und dann bin ich auch positiv gestimmt, wenn mir Sebastian Hoeneß sowas sagt, ganz einfach, ähm, auch in Bochum wird es mal wieder, ähm, ja, Schweigen geben, die ersten zwölf Minuten wieder gegen, äh, ja, Thema Investor und so weiter, 50 plus 1 Regel und sowas, ne, ähm, gibt es zwölf Minuten Schweigen vom VfB, ich weiß gar nicht, ob da, ich glaube, es ist generell wieder angesagt, also wahrscheinlich auch von Bochumer Seite aus, mal gucken, wie lange das noch geht, ob wir es jetzt jede Woche aufs Neue haben, aber mal abwarten, auf jeden Fall in Bochum haben wir es wieder, und zu Bochum auch wieder, auch hier wieder der, ähm, die Werbung, die Werbung auch zu Recht für den Pod Cannstatt, ähm, habe vorhin schon Gladbach gehabt, äh, Einspieler, Dateneinspieler, jetzt natürlich auch hier Infos aus dem Dateneinspieler gegen Bochum dann, ähm, ähm, da finde ich es nämlich witzig, äh, solche Statistiken mag ich auch, die jetzt natürlich erstmal nicht die größte Aussage gehabt haben über Spiele, aber ich mag die einfach, wir hatten bisher in Bochum, also Partie Bochum Stuttgart mit Heimrecht Bochum, wettbewerbsübergreifend 39 Spiele insgesamt, und die ist einfach komplett ausgeglichen, 13 Mal Bochum gewonnen, 13 Mal Unschieden, und 13 Mal VfB gespielt, also das ist schon durchaus selten, ähm, und, äh, deswegen, wer Samstag gewinnt, sage ich mal, geht auch in der Gesamtbilanz in Bochum in Führung, ähm, auch das krasserweise, hatte ich so gar nicht unbedingt auf dem Zettel, aber gut, wenn man in die nähere Vergangenheit guckt, dann macht das schon Sinn, dann stimmt das so natürlich auch, gegen keinen anderen Bundesligisten sind wir aktuell länger ungeschlagen, 13 Spiele, 13 Partien am Stück, haben wir gegen Bochum nicht mehr, äh, verloren, also, ne, es sind Heimspiele und Ausserspiele mit drin, natürlich auch viele Unschieden, ne, mal ein Unschied in Bochum, Unschieden zu Hause, ne, oftmals so, aber eben auch viele VfB-Siege da, deswegen gutes Omen, gutes Omen für Bochum, ist Heimstärke, die haben im eigenen Stadion, sind sie seit 5 Spielen ungeschlagen, natürlich auch nicht alles gewonnen, aber eben ungeschlagen, ähm, aber auch da interessant, sechs Heimspiele am Stück ungeschlagen, also noch das eine Spiel mehr, was jetzt morgen wäre, haben sie unter Letsch, seitdem eben Letsch-Trainers in Bochum, noch nicht geschafft, also die Serie darf sich sehr, sehr gerne fortführen, dass sie eben auch das sechste Spiel hier diesmal nicht packen, gegen uns eben verlieren, in dem Sinne dann, das wäre dafür nötig, dass es bricht, 17 Punkte hat Bochum, aktuell Platz 14, und ist dabei aber ehrlicherweise, einer der größeren Underperformer in der Liga, wenn man hier wieder Understat und sowas anschaut, 5,81 Punkte haben sie weniger geholt, als zu erwarten war, ähm, ein Grund ist wahrscheinlich Chancenverwertung, die haben die drittschlechteste Chancenverwertung in der Bundesliga, 6,1 Prozent der Chancen, wir waren da glaube ich irgendwo auf Platz 5, 6, 4, irgendwo so in dem Bereich, ich habe letztes Mal gesagt gehabt, weiß gerade gar nicht mehr genau, ähm, deswegen auch, die haben die viertwenigsten Tore in der Liga geschossen, aber, und da eben, Thema Chancenverwertung, der Unterschied, sie haben die sechstmeisten Torschüsse abgegeben, ne, VfB ist hier auf Platz 4 in den meisten Torschüssen, VfB und Bochum trennen 9 Torschüsse insgesamt, das ist ja auch auf 17 Spiele gesehen nichts, 9 Torschüsse Unterschied insgesamt, aber, wir haben 38 Tore gemacht und Bochum 19, ne, doppelt so viele Tore gemacht wie Bochum, das ist schon ein krasser Unterschied, wir auch die drittmeisten mit 38, auch sehr krass, auch eben ein Thema dann, warum du vielleicht eher noch unten drin steckst, oder vielleicht noch ein bisschen Thema, ohne das jetzt irgendwie runterzureden oder sowas, aber Thema Kaderqualität, auch in dem Vergleich vielleicht, ähm, Bochum spielt die schwächste Passquote in der Bundesliga, 74,8% kommen im Schnitt an, das ist schon brutal, wir erweitern das sehr, sehr gut dabei, Platz 3 haben wir, 88% bei uns, also wirklich ein ordentlicher, ordentlicher Unterschied, individuell haben wir ja Stiller ganz oben mit dabei, glaube ich immer auf Platz 3, Platz 4 mit einer Wahnsinnsquote im Schnitt, aber auch insgesamt, individuell im Bundesliga-Vergleich, kommen sieben VfB-Spieler, sieben VfB-Spieler, haben eine bessere Passquote, bevor der erste Bochumer kommt, also der erste Bochumer, in dem sind dann der Bochumer mit der besten Passquote, ähm, vom VfL, davor kommen sieben VfB-Spieler, das ist schon sehr, 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 sehr krass, auch im Ballbesitz, sind wir zehn Plätze vor Bochum, das ist auch ordentlich, aber Top-Duell wird es in den Zweikämpfen, Platz 2 gegen Platz 3, in insgesamt gewonnenen Zweikämpfen, also nicht Quote, sondern insgesamt gewonnene Zweikämpfe, ähm, VfL dafür, Spitzenreiter, in den Kopfball-Duellen, auch hier wieder insgesamt gewonnen, keine Kopfballquote, insgesamt gewonnen, ähm, das sind sie auf Platz 1, wie gesagt, wie auf Platz 12, das ist schon ein deutlicher Unterschied dann, ähm, und Laufstandssprints, intensive Läufe, sonst so, ich sag mal, ja, körperliche Statistik und sowas, da sind wir beide, so mittelmaß in der Liga, Bochum und der VfB, ähm, aber sie scheinen rauer an die Sache zu gehen, wenn es hart auf hart kommt, Platz 4 in den Karten insgesamt, also rote Karten und gelbe Karten, ähm, und Platz 1 in den Fouls am Gegner, also das können uns wieder nerven, ich glaube auch schon ein paar in Gladbach genervt, können uns auch morgen in Bochum wieder nerven, viele Fouls am Gegner können uns erwarten von Bochum, ähm, wir sind da weiterhin ganz unten mit dabei, ne, in beiden Statistiken, irgendwo auf Platz 17, Platz 18, ne, ganz unten mit dabei, ähm, da treffen wir auch noch auf die Unentschieden Könige, achtmal hat Bochum diese Saison bisher Unentschieden gespielt, das ist Höchstwert geteilt mit Mainz 05, wir dafür auf der anderen Seite nur einmal Unentschieden, das ist der tiefstwert in der Bundesliga, ähm, der VfL, muss man da nicht sagen, ne, Gesamtmarktwert, äh, vom Kader ist Relegationsplatz, das ist immer deutlich, deutlich höher als Bochum, und sie haben den zweitältesten Kader der Liga im Schnitt, ne, wir haben den jüngsten Kader der Liga, also da nochmal ganz klare Unterschiede, ähm, Ex-Spieler gibt es auf beiden Seiten, ähm, Karasor von der U17 bis zur U19 bei Bochum, und Führig auch ganz kurzzeitig, ich glaube nur ein halbes Jahr in der U17 für Bochum, ich meine sogar, die müssten sich überlappt haben, Karasor und Führig müssten, weiß nicht, ob sie es getan haben, zusammen gespielt haben, aber ich glaube, die waren im selben Zeitraum, ähm, in der U17, in diesem halben Jahr eben von Führig, äh, war auch Karasor noch in der U17 von Bochum, meine ich gesehen zu haben, bei, auf der anderen Seite natürlich Kevin Stöger, Philipp Förster, Takuma Asano, ist ganz klar, beim VfB schon mal gewesen, aber auch Moritz Bronik-Warteng, bei dem war es ganz, ganz lange her in der Stuttgarter Jugend noch, haben alle für den VfB schon gespielt, und dort ist noch ja als letztes, habe ich es vorhin bei Anton angesprochen, ähm, Dauerbrenner mit nur 31 verpassten Minuten, da hat Bochum noch einen krasseren, sag ich mal, es gibt bisher nur zwölf Spieler in der gesamten Bundesliga, in dieser Saison, die noch keine Minute verpasst haben, immer gespielt haben, und auch da natürlich logischerweise neun davon Torhüter, das heißt nur drei Feldspieler, einer davon ist, ähm, der Bernardo von Bochum in der Innenverteidigung, oder in der Verteidigung generell, der auch generell sehr viele, äh, Top-Statistiken hat, äh, vereinsintern bei Bochum, also ein Spieler, wo man aufpassen muss in dem Sinne, oder auf den man gewarnt sein sollte, dann, ähm, von Bochum, ein starker Spieler bisher die Saison, dann kommen wir zu diesem Tipp, Tipp fehlt noch, ähm, hier wieder auch schon im Vorhinein, im ComUnity-Tab habe ich schon reingebracht, die, die, die Prognose eurerseits, wieder 91% VfB, ist ja auch ganz klar, auch hier schon 1700 Stimmen fast, also sehr, sehr geil, wie viele immer mitmachen, freut mich sehr, und bei mir, ja, es wird glaube ich eklig, ich bin sehr, sehr gute Dinge, Dinge, dass sich, äh, dass wir das Ding holen, dass wir in Bochum gewinnen können, die Statistiken, oder das Einlesen in Statistiken, und so weiter, stimmt mich da sehr, sehr positiv, heißt natürlich, wenn ich sage es nichts, ne, alles kann, dann auf einmal, ja, gegensätzlich Zeit zu irgendwelchen Statistiken, zu irgendwelchen Normalitäten, sag ich mal, aber ich bin sehr gut über Dinge, ne, Reaktion zeigen auf Gladbach, ähm, sag aber trotzdem, Bochum ist eklig, Bochum ist heimstark, Bochum hat zu Hause schon einen oder anderen Sieg oder Punkt geholt, der nicht so ganz zu erwarten war, ähm, deswegen, knapper Sieg, 1 zu 2 in Bochum, ist hier mein Tipp, und dann machen wir noch weiter, der Vollständigkeit halber, den gesamten Spieltag, wie immer noch, da muss man auch sagen, das erste Spiel, was heute Abend gewesen wäre, ist schon abgesagt, ich tippe es trotzdem, ne, für die Zukunft irgendwann, wenn es nachgeholt wird, nämlich Mainz gegen Union Berlin, tippe ich auf einen 1 zu 0 Heimsieg von Mainz, irgendwann muss es mal kommen, irgendwann müssen sie mal wieder gewinnen, ähm, das schaffen sie gegen Union, äh, Freiburg-Hoffenheim, gibt viele Spiele, die, die ich finde, sind ein bisschen ekliger zu tippen, diesen Spieltag, ähm, ich sag ja jedes Mal dazu, nehm meine Tipps nicht ernst, sind nicht so geil, letzten Spieltag sogar, echt ganz in Ordnung gewesen, hier in meiner Kicktipp-Runde, also, falls da wer drin ist, hat es vielleicht schon gesehen, auf jeden Fall war es da ein bisschen besser, mal, ähm, im Vergleich zur bisherigen Saison, im Schnitt pro Spieltag, sag ich mal, Freiburg-Hoffenheim, ich habe auf eine 1 zu 1 getippt, jetzt hier auch schon, schon eingegeben in Kicktipp, finde es aber schwierig, könnte auch ein Heimstieg sein für Freiburg, aber ich tippe mal auf 1 zu 1, Köln-Dortmund, sollte man schon meinen, ist eher Dortmund, ne, so leichter Hype mit Sancho und so weiter, das ist ein kompletter Risikotipp, den ich halt auch immer wieder drin haben muss, um halt irgendwo mal Punkte zu holen, die andere nicht holen, ganz wilder Tipp, Köln gegen Dortmund 1 zu 1, ganz wilder Tipp, tritt neben dem ein, aber ich habe dann mal getippt, Bochum-VfB 1 zu 2, wie schon gesagt, auch da kann es ein 1 zu 3 am Ende werden, der berühmte Konter, haben wir auch gegen Gladbach wieder gesehen, vom VfB schon oft gesehen, Wolfsburg, Darmstadt, Mainz und so weiter, also kann auch sein, aber ich tippe mal auf ein 1 zu 2, Heidenheim 2 zu 1 gegen Wolfsburg, das reitet in Wolfsburg noch ein bisschen mehr in die Scheiße rein, die haben ja Unschieden gespielt in Mainz, müsste es gewesen sein, deswegen tippe ich da hier einfach mal auf Heidenheim, die auch sehr heimstark sind und auch da mal überraschende Ergebnisse geholt haben, auch das ein bisschen Risikotipp, ist ja auch ganz klar, Darmstadt gegen Frankfurt, Dort, Darmstadt, ja, ist ein Derby-Charakter und so weiter, gegen Dortmund, hätten sie vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück einen Unschieden holen können sogar, das ist eine Szene da, wo Kobe wieder geil gehalten hat, aber am Ende war es durchaus doch dann auch verdient für Dortmund und einfach auch nicht das Niveau von Darmstadt, das ist ja auch ganz klar, die verlieren halt so viele Spiele und so viele direkte Duelle auch, also bei Darmstadt sehe ich leider echt ein bisschen schwarz, was den Saisonausgang angeht, im Sinne von Abstieg, 1-2 gegen Frankfurt, ich sehe irgendwie gefühlt gerade nicht, dass sie irgendwo punkten oder gar siegen, muss ich ganz ehrlich leider so sagen, vielleicht holen sie sogar einen Punkt gegen Frankfurt, derby-Charakter mäßig, aber ich tippe auf Frankfurt 1-2, Leipzig-Leverkusen, sehr, sehr spannendes Spiel, Leipzig auch sehr heimstark, da wäre ich, gut, jetzt haben sie halt verloren, zu Hause in Frankfurt, stimmt, Thema Heimstärke, aber auch da wäre vielleicht beim ersten Mal sogar die leichte Chance drin, für die, die es sich erhoffen, also in dem Sinne vor allem die Bayern-Fans wahrscheinlich, dann, dass Leverkusen mal verliert oder so, aber ich sehe es einfach nicht und dieses Ding, der wieder in Augsburg hochverdient gewonnen hat, am Ende des Tages, aber eben auch last minute, die strahlen gerade so viel aus, die Leverkusener, dass da einfach gefühlt, ja, ich sehe es gerade gefühlt, nicht, dass sie irgendwo noch verlieren werden, deswegen in Leipzig ein 2-2, Bayern watscht Bremen weg, es tut mir leid für die Bremer, 4-1, Gladbach gegen Augsburg, auch da könnte wieder ein Gladbach-Sieg sein, aber Augsburg gegen Leverkusen auch, ist über weite Strecken sehr ordentlich gemacht und wie gesagt, auch fast einen Punkt geholt, deswegen tippe ich da auf, wahrscheinlich für Gladbach auch sehr unbefriedigendes, aber ein 1-1 Gladbach gegen Augsburg, dann sind wir durch, hier mit der Folge, wieder über eine Stunde, zumindest keine über zwei, aber über eine Stunde, übrigens auch mich sehr gefreut, ja, wie viel auch quasi Zuspruch oder Positives kam zu der 2-Stunden-Folge, war mir echt ein bisschen unsicher, bringe ich das so über 2,5 Stunden gefühlt oder sowas, aber ihr habt das sehr gut angenommen, freut mich sehr, dass euch alles immer so lange und durchgehend anhört, auch hier gerne, schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr bis zum Ende dabei wart, sehr, sehr gerne und natürlich auch zu allen anderen Themen, ist ja auch ganz klar, morgen dann Stream mit Bochum, nächste Woche dann wieder kein Stream, das ist ja wieder Leipzigs, das erste Heimspiel dann endlich wieder, fühlt sich nach einer halben Ewigkeit an, obwohl die Winterpause nur so kurz war, aber das erste Heimspiel wieder nach Augsburg dann eben, kurz vor Weihnachten, dann gegen Leipzig nächste Woche, aber das erst nächste Woche, morgen Bochum im Stream, gerne dazukommen, ab so 15.15 Uhr, in Richtung Anpfiff halt, bin ich dann online, das ist ja auch Bescheid, danke fürs Zuschauen, natürlich wie immer gerne kostenlos Abo und Like da lassen, ganz klar Geschichte und natürlich wie immer auch hier viel mehr fürs Zuhören, das Danke ist ja auch ganz klar und bis zum nächsten Mal.